Und was geht's in dem Spiel da? Die dunklen Seite ist das Imperium, das Meer und die guten Seite ist das Rebelle. Und sie haben beide Fahnen und sie sind gegenseitig geworden. Was würdest du sagen, ist die effektivste Taktik in der Spielbrille? Die effektivste, einfach radikale Aline rennen. Die dunklen Seite ist das Rebelle. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020